Hallo und willkommen zu einem neuen Tools Video von mir. Heute in diesem Tools Video, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich euch mal einen Laser mitgebracht. Und zwar hier in diesem Fall ein Cross-Line Laser, und zwar den CL4D von Nibel System. Warum habe ich mich für diesen Laser heute hier für dieses Video entschieden? Ich hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Videos hochgeladen, in denen ich auch Bodenarbeiten ausgeführt habe, zum Beispiel Nivellierungsarbeiten am Boden oder Fliesenarbeiten am Boden. Und hier in diesen Videos werde ich immer wieder dazu gefragt, wie kann man denn den Boden ausnivellieren oder welchen Laser kann man denn für Bodennivellierarbeiten verwenden? Hier gibt es nicht sehr viele Laser auf dem Markt. Hier dieser Laser kann diese Arbeit mit übernehmen. Dazu kommen wir aber im Laufe des Videos nochmal zu sprechen. Für wen ist eigentlich der CL4D Laser geeignet? Der CL4D Laser ist für einen ambitionierten Heimwerker, Handwerker, Bauschaffenden oder eventuell dementsprechend auch Gewerbetreibenden geeignet, der für einen akzeptablen Preis hier noch ein gutes System erhalten möchte. Wo kann man das System kaufen? Ganz einfach, dieses System hier wurde mir von messprofiservice.de zur Verfügung gestellt. Link wie immer zu allen Produkten unten in der Videobeschreibung. Bevor wir uns allerdings jetzt auch den Laser näher anschauen, noch ein wichtiger Hinweis. Diesen Laser gibt es in zwei Laserfarben. Zum einen als Grünlinienlaser und natürlich zum zweiten auch als Blaulinienlaser. Wie kann man das erkennen? Ganz einfach, wir schauen hier mal seitlich auf die Packung. Es gibt den CL4D G, das steht für grün, und den CL4D B, das steht für, wie man hier schon sieht, blau. Diese Laserfarben oder was ist der Unterschied zwischen den Laserfarben? Das blaue Laserlicht ist etwas präziser als das grüne Laserlicht, wird also etwas schmaler dargestellt und ist natürlich auch für längere Arbeiten eher zu empfehlen, da es ermüdungsarmer ist beim Anschauen. Das heißt, ihr ermüdet nicht so schnell beim Arbeiten mit dem Laser. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, im Großen und Ganzen die Genauigkeit und alle weiteren Features sind bei den Systemen gleich, bis halt auf die Laserfarbe mit den gerade eben genannten Vorteilen. Um den Laser dann dementsprechend auch optimal zu verwenden, gibt es natürlich noch Zubehör. Wir haben hier noch ein Entfängermodul. Dieses Entfängermodul ist für grün sowie auch für blau Laser geeignet. Hierzu empfiehlt es sich, den Laser in den Pulsmodus umzuschalten und somit können wir dann auch die Reichweite des Lasers nochmal deutlich erhöhen. Also wie gesagt, hauptsächlich im Außenbereich wird sowas gerne eingesetzt. So können wir dann, wie gesagt, auch auf große Entfernungen noch genau nivellieren und genau arbeiten. Um mit dem Laser auch dementsprechend zu arbeiten, empfiehlt es sich auch ein dementsprechendes Stativ mit zu erwerben. Auch dieses habe ich hier einfach mal mitgebracht. Und so können wir dann auch mal den Laser auf einem Stativ ausprobieren. Beginnen wir als erstes mit dem Lieferumfang. Wie wir sehen, der Laser kommt in einem äußerst robusten Transportkoffer daher, in dem wir eigentlich alles schon finden, was wir für die Arbeit brauchen. Wir können den Koffer einfach hier vorne öffnen. Er hat hier auch ein dementsprechendes Verriegelungssystem, sodass ihr den Laser auch beim Transport nicht verlieren könnt. So, wir schauen einfach mal in den Koffer hinein. Hier seht ihr gleich die Dokumentation. Und hier liegt gleich ein ganz wichtiges Dokument obendrauf. Wir sehen, wir haben hier einen Sturzindikator. Ich möchte einfach mal vorweg greifen und euch den Laser mal herausholen. Und ihr seht, hier ist ein Sturzindikator aufgeklebt. Wenn also hier beim Transport des Lasers oder auch bei der Lieferung des Lasers in irgendeiner Form das Paket sehr starken Beanspruchungen ausgesetzt war, wird dieser Indikator auslösen. Und ihr seht somit sofort, dass der Laser dann eventuell vor der Verwendung wieder überprüft werden muss. Diese Überprüfung könnt ihr natürlich hier auch beim Händler, beim Messprofi-Service.de durchführen lassen, wenn dieser erforderlich ist. Der Indikator bleibt auf dem Laser. Ihr lasst ihn hier aufgeklebt. Und wenn dann der Laser eventuell mal umgestoßen wird oder von irgendeinem Mitarbeiter umgeschmissen wird, seht ihr das anhand des Indikators und könnt dann dementsprechend reagieren. Habt ihr sowas nicht auf eurem Gerät und irgendein Mitarbeiter wirft den Laser um, stellt ihn wieder schnell auf, wisst ihr das nicht. Und dann könnten Messungenauigkeiten auftreten. Kommen wir aber nochmal zurück zur Dokumentation. Hier gibt es auch ein ganz wichtiges Dokument, was ich euch auch nochmal zeigen möchte. Darauf sollte man generell achten, wenn man Laser im hochpräzisen oder im präzisen Bereich einsetzt und natürlich auch im gewerblichen Bereich einsetzt. Und zwar wäre das dieses Dokument. Ich halte das Dokument einfach mal in die Kamera. Hier seht ihr das individuelle Kalibrierungszertifikat. Dieses Zertifikat stellt sicher, dass dieser Laser vor dem Verkauf ordentlich kalibriert wurde. Viele günstige Laser haben so ein Zertifikat nicht. Und nur somit könnt ihr sicherstellen, dass dieser Laser auch dementsprechend messgenau arbeitet, wenn er hier bei euch ankommt. Als nächstes schauen wir uns erstmal den Lieferumfang an. Ich möchte euch den Laser dann nochmal genauer erklären. Deswegen schauen wir erstmal auf das Zubehör. Dieser Laser hier wird akkubetrieben. Dementsprechend haben wir hier im Lieferumfang zwei Akkus mit an Bord. Einer befindet sich schon im Laser. Einen habe ich hier in der Hand. Hierbei handelt es sich um Lithium-Ionen-Akkus. Ich halte sie auch einfach mal in die Kamera. Und wir sehen, jeder Akku hat eine Kapazität von 2600 mAh. Somit garantiert dieser Akku eine lange Arbeitszeit. Und da wir zwei Akkus haben, können wir dann dementsprechend mit einem Akku laden und den anderen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät aufladen. Als zweites Zubehörteil haben wir auch hier eine dementsprechende Laserbrille mit im Lieferumfang. Diese Brille dient im ersten Moment nicht unbedingt zum Schutz vor dem Laserstrahl, sondern mehr zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Laserstrahls. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ihr setzt dann einfach mal diese Brille auf und ihr werdet sehen, dass der Laserstrahl auch selbst bei hellem Umgebungslicht, so wie es jetzt hier bei mir der Fall ist, noch deutlich besser sichtbar mit dieser Brille ist. Neben der Brille benötigen wir natürlich auch für unseren Laserstrahl eine dementsprechende Zielscheibe. Jeder, der schon mal mit einem Laser gearbeitet hat, weiß, wofür diese eingesetzt wird. Diese benötigt ihr, um dann eventuell den Laserstrahl irgendwo drauf zu positionieren und hier genau einzustellen. Diese Zielscheibe hat natürlich wie gewohnt auch Magnete. So könnt ihr sie besonders gut im Trockenbau einsetzen, an die Ständerprofile anbringen und so auch diese sauber ausnivellieren. Ich hatte ja schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass dieser Laser auch für die Bodennivellierung geeignet ist. Hierfür haben wir dann dementsprechend auch diese beiden Zielscheiben. Diese können auf dem Bodenplot platziert werden. Diese Zielscheiben haben dementsprechend auch eine Skala. Ihr seht hier die Skala in Millimeter, in dem Plus sowie auch in dem Minusbereich 20 Millimeter. Somit könnt ihr dann dementsprechend euer Bodenniveau auch ordnungsgemäß ausnivellieren mit Hilfe dieser beiden Zielscheiben. Neben den Zielscheiben benötigen wir natürlich dann dementsprechend auch unsere Aufnahmen für den Laser. Neben einem Stativ, was ich ja vorhin schon gezeigt habe, was man noch zusätzlich erwerben kann, hat man hier diese Universalaufnahme. Diese dürfte einem ambitionierten Heimwerker, Handwerker bekannt sein. Diese Aufnahme wird in der Regel verwendet, um zum Beispiel hier mit dieser Zange in Trockenprofile oder ähnliches einzuklinken und den Laser so aufnehmen zu können. Des Weiteren hat diese Aufnahme natürlich auch einen Magneten. Mit diesem ist auch die Zange hier aufgebracht. Ihr seht, die Zange können wir frei nach oben und unten schieben. Wir können sie einfach abnehmen. Hier haben wir einen Magneten und somit können wir den Laser dann schön an der Position anbringen, wenn wir zum Beispiel auf metallischen Oberflächen arbeiten, wie es zum Beispiel im Trockenbau immer wieder vorkommt. Der Laser kann dann hier aufgebracht werden und kann dann hier mit dieser Stelleinrichtung, wir haben hier eine Arretierungseinrichtung, die lösen wir. Und hier mit dieser Stelleinrichtung dementsprechend ganz genau in der Höhe verstellt werden und haben wir die Höhe eingestellt, können wir diese hiermit wieder arretieren. Somit verstellt sich dann nichts. Das System kann natürlich auch auf ein Stativ markiert werden. Hier haben wir zwei der gängigen Stativgewinde, die meistens bei derartigen Stativen verbaut sind. Somit passt das natürlich auch auf die meisten Stative. Ihr könnt dieses System natürlich auch aufhängen. Hierfür haben wir dann dementsprechend einfach eine Bohrung. Bringt so eine Schraube in eure Wand ein und könnt dann dementsprechend den Laser so auch einfach an die Wand hängen. Neben dieser Befestigungsmöglichkeit haben wir auch dieses schöne Werkzeugtool im Lieferumfang enthalten. Das ist eine Boden-Nivellierungshilfe. Das heißt, dieses System könnt ihr so auf den Boden stellen, könnt dann dementsprechend euren Laser hier einfach draufstellen und könnt dann so euren Laser in der Höhe am Boden auch nochmal einstellen. Ihr seht, es ist einfach nur ein Scherensystem und somit können wir dann den Laser auch nochmal bodennah genauer einstellen. Das ist besonders interessant, wenn ihr zum Beispiel einen Boden legt mit zum Beispiel Firma Zellplatten oder eine Schüttung aufbringt. So könnt ihr den Laser im Raum platzieren und dann dementsprechend hiermit schön noch auf die Höhe genau einstellen, ohne hier irgendwelche Unterkonstruktionen aufbauen zu müssen. Neben dem umfangreichen Zubehör haben wir dann natürlich auch unseren Laser noch mit hier im Koffer. Und zwar hier in diesem Fall habe ich den CL4DB. Das heißt, dieser Laser besitzt den blauen Laserstrahl. Den Vorteil habe ich euch ja vorhin schon erläutert. Schauen wir uns erstmal den Laser etwas näher an. Beginnen wir hier erstmal mit den technischen Daten. Dieser Laser weist eine Genauigkeit von einem Millimeter auf zehn Meter auf und kann maximal bis einen Durchmesser von 140 Metern leisten. Das heißt, ihr seid also für die meisten Bauanwendungen hiermit gut gewappnet. Bei diesem Laser wurden Premium Laserdioden von Sharp verbaut. Ihr seht sie hier, diese sind auch dementsprechend durch Metallkappen geschützt. Diese sind hier aufgeschraubt. Somit haben diese Laserausgabepunkte auch einen dementsprechenden Schutz. Der ganze Laser ist dann dementsprechend auch nochmal mit Kunststoffkanten hier versehen. Sollte also der Laser irgendwo mal etwas härter angeeckt werden, wird dieser nicht gleich verkratzen. Dafür sind diese Kunststoffkanten zuständig. Neben den Gummipuffern ist natürlich der Laser auch IP54 zertifiziert. Was also auch bedeutet, wir können auch bei etwas feuchterer oder staubiger Umgebung dementsprechend gut mit diesem Laser arbeiten. Ein weiteres Qualitätsmerkmal sind auch die Gläser hier des Lasers. Diese sind mit einer Andri Reflexionsschicht beschichtet. Dadurch wird das Arbeiten mit dem Laserstrahl natürlich noch deutlich genauer. Und der Laserstrahl wird nicht gebrochen und reflektiert sich dementsprechend nicht. Die Qualität des Lasers setzt sich natürlich auch im Inneren des Gehäuses fort. Die inneren Komponenten sind dementsprechend so gut geschützt, dass ihr viele Jahre mit dem Laser ohne Probleme arbeiten könnt und hier auch keine Ausfälle befürchten müsst. Wie natürlich hier der Name jetzt schon vermuten lässt. Es ist ja ein 4D-Laser. Was also bedeutet, hier unsere Laserlinien werden in dementsprechenden vier Ebenen ausgegeben. Wir haben hier oben eine horizontale Ebene sowie natürlich auch im Fuß unten eine horizontale Ebene. Diese benötigen wir dementsprechend, um hier Fußböden auszunivellieren. Die obere horizontale Ebene können wir zum Beispiel für den Deckenbau, Abhängdecken und dergleichen verwenden. Wir haben natürlich auch zwei vertikale Ebenen. Diese garantieren uns dann natürlich auch die Möglichkeit, dass wir eine dementsprechende Raumaufteilung machen können oder auch diese dementsprechend im Trockenbau für die vertikale Ausrichtung der Profile verwenden können. So kommen wir zur Bedienung des Lasers. Dafür schauen wir hier oben auf die Oberseite des Lasers. Wir sehen, der Laser kann hier mit dem On-Off-Schalter eingeschaltet werden. Wir haben hier ein kleines blinkendes Licht. Dieses zeigt uns an, dass der Laser im Moment noch nicht nivelliert ist. Wir sehen, dass die Nivellierung gerade eben ausgeführt wird. Und durch das Blinklicht lässt sich auch gleich vermuten, wir haben hier einen elektronischen Kompensator. Das heißt, der Laser wird elektronisch ausgerichtet. Das hat natürlich viele Vorteile. Somit haben wir eine deutlich präzisere Ausrichtung als bei einem herkömmlichen Laser mit einer Pendelausrichtung. Und dies ist natürlich deutlich genauer. Und der Laser kann somit auch dementsprechend Schwingungen kompensieren. Dazu komme ich aber gleich noch. Wir sehen, wenn der Laser dementsprechend einsatzbereit ist, leuchtet das grüne Lämpchen durchgehend grün. Und jetzt ist der Laser nivelliert. Wir haben natürlich nun unsere Laserebenen. Diese können wir wie gewohnt ein- und ausschalten. Hier drücken wir die H-Taste für die horizontalen Laser. Das heißt, wir haben jetzt hier den oberen horizontalen Laser eingeschaltet. Wenn wir die H-Taste nochmal betätigen, wird dieser wieder ausgeschaltet. Bei weiterem Betätigen schalten wir dann durch die weiteren Laser, wie zum Beispiel hier unten den horizontalen Laser für die Boden-Nivellierung. So könnt ihr diese Laserschalen einschalten, wie ihr sie braucht. Des Weiteren können wir natürlich auch die vertikalen Laser noch hier mit dieser Taste hinzuschalten. Einfach durch, einfaches Durchdrücken, die einzelnen Strahlen ein- und ausschalten. Im Großen und Ganzen ist das eigentlich selbsterklärend. Wir haben natürlich auf der Oberseite auch eine Akkustandsanzeige. Diese zeigt uns den Ladestand des Akkus an. So könnt ihr dementsprechend schneller eingreifen, wenn der Akku dann erschöpft ist. Dann kommen wir natürlich noch zu dem Outdoor-Modus. Dieser sogenannte Puls-Modus wird gerne im Außenbereich verwendet oder bei größeren Entfernungen. Hierfür kommt dann dementsprechend der Empfänger noch zum Einsatz. Ich empfehle hier den Empfänger CLS3. Dieser Empfänger wird durch einen einfachen 9-Volt-Block betrieben. Hat im Großen und Ganzen dieselben Schutzeigenschaften wie der Laser auch. Wir haben hier dann dementsprechend noch eine Aufnahme für die Montage. Zum Beispiel an einer Messlatte oder an einem ähnlichen Objekt. Um jetzt zum Beispiel das System dann auch im Außenbereich zum Nivellieren zu verwenden. Wir setzen das Gerät einfach mal in Betrieb, indem ich die ON-Taste drücke. Wir sehen, wir haben ein akustisches sowie natürlich auch ein optisches Signal. Das akustische Signal kann hier dementsprechend ein- und ausgeschaltet werden. Jetzt sind wir mit dem Laser im Normalbetrieb. Wir schalten hier oben die horizontale Linie einfach mal ein. Und wir schauen einfach mal, wir sehen, wenn ich jetzt hier versuche mit diesem Gerät zu arbeiten, hören wir kein akustisches Signal, sehen kein optisches Signal. Woran liegt das? Dieser Laser ist noch nicht in den Pulsmodus umgestellt. Dieser Pulsmodus wird hier als Outdoor-Modus bezeichnet. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie ihr darauf umstellt. Hierfür drückt ihr einfach die Outdoor-Taste einmal kurz. Wir sehen, dass hier diese zusätzliche LED-Lampe leuchtet. Und jetzt könnt ihr hier mit dem Handempfänger arbeiten, indem wir hier dementsprechend so ausnivellieren können. Und das natürlich auch millimetergenau. Sollte hier der Ton stören sein, können wir diesen natürlich auch abschalten. Wie gesagt, vergesst also nicht, wenn ihr mit dem Handteil arbeitet, schaltet in den Outdoor-Modus um. Arbeitet ihr nicht mit dem Handempfänger, schaltet ihr natürlich wieder in den Normal-Modus durch. Noch einmaliges Drücken. Dann kann man natürlich diesen Laser auch für individuelles Anzeichnen verwenden. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwo ein Gefälle anzeichnen wollt oder dergleichen. So können wir diesen Laserstrahl so auch natürlich umstellen. Wie machen wir das? Wir drücken einfach für circa drei bis fünf Sekunden die Outdoor-Taste. Schauen hier oben auf die grüne LED. Wenn diese schnell blinkt, sind wir jetzt in den Universal-Modus eingeschaltet. Ich zeige es euch einfach mal hier. Wir sehen jetzt hier die Laser-Linie. Ich hoffe, man erkennt sie gut in der Kamera. Und jetzt kann ich hier mit diesem Laser diese Laser-Linien frei im Raum positionieren, ohne in irgendeiner Form eine Fehlermeldung zu bekommen. Also kann ich hier dann frei meine eigenen Winkel wählen. Hier kann ich natürlich dementsprechend auch die horizontalen und vertikalen Linien hinzuschalten, wie ich sie benötige. Ganz wichtig, wenn wir jetzt diesen Modus wieder verlassen wollen, drücken wir nochmal für einige Sekunden die Outdoor-Taste und schalten somit den Stabilisator wieder ein. Bei dem Stabilisator möchte ich euch auch nochmal etwas Schönes zeigen. Eine Besonderheit ist nämlich hier auch, dass der elektronische Kompensator auch kleinere Stöße und Vibrationen ausgleichen kann. Inwieweit sich das auswirkt, möchte ich euch einfach mal zeigen, indem ich hier einen Standard-Kreuz-Linien-Laser, der einfach nur einen Pendelmechanismus verbaut hat, hier daneben stelle. Wir haben hier die beiden Laser-Linien. Und jetzt seht ihr, wenn ich jetzt hier anfange, ist hier irgendwelche Stöße und Erschütterungen auf, zum Beispiel hier den Koffergeber, auf dem sich die beiden Laser befinden. So seht ihr, wie das rote Laser-Licht hoch und runter springt und ganz große Probleme hat, die Positionen zu halten, währenddessen hier der blaue Laserstrahl mit der elektronischen Kompensation regelrecht am Ziel klebt und somit natürlich auch ein deutlich genaueres Arbeiten ermöglicht, besonders auf Baustellen, ist das äußerst interessant. Kommen wir als nächstes zur Verwendung des Lasers auf einem Stativ. Ich habe hier einfach mal das Tripod SJJM1 mitgebracht. Ihr seht, hier haben wir auch eine schöne, dementsprechende Hülle für den Transport. Wir holen einfach mal das Stativ heraus. Wie schon der Name sagt, es ist ein Dreibein-Stativ. Das Stativ kann standardgemäß 5,8 sowie natürlich auch 1,25 Zoll Gewinde aufnehmen. Wir haben hier natürlich unseren Adapter. Dieser Laser hat hier unten 1,25 Zoll Gewinde. Dementsprechend schreibe ich hier den Adapter auf. Wir können natürlich auch ohne diesen Adapter arbeiten, indem wir einfach hier dieses System verwenden. Ihr seht, hier haben wir auch dementsprechend eine 5,8 Zoll Aufnahme. Hier können wir auch den Laser aufbringen und so dann hier auf unserem Stativ ohne diesen Adapter verwenden. Ich schraube aber einfach mal den Laser hier direkt auf. Dazu stelle ich einfach mal das Stativ auf und kann den Laser dann hier oben auf dieser Wechselplatte einfach aufschrauben und mit dieser Schnellwechselplatte dann ganz einfach hier auf diesem Stativ montieren. Auf diesem Stativ können wir den Laser grob vorjustieren. Hier haben wir verschiedene Einstellmöglichkeiten. Haben wir den Laser grob vorjustiert, können wir ihn einfach wieder einschalten und warten dann dementsprechend, bis die Automatik den Laser nivelliert hat. War die Nivellierung erfolgreich, sehen wir, dass das grüne Lämpchen durchgehend leuchtet und somit können wir dann den Laser auch wieder verwenden. Die Automatik kann natürlich nicht alles kompensieren. Ich zeige es euch einfach mal, wenn wir jetzt den Laser hier extrem schräg stellen. So seht ihr, blinkt hier oben die LED durchgehend grün und wir sehen, der Laser kann sich so nicht nivellieren. Hier müsst ihr dann dementsprechend den Laser wieder etwas genauer vorjustieren, indem ihr hier einfach gerade hinstellt. Mit diesem Stativ können wir natürlich aber auch das freie Verwenden unserer Laserlinien realisieren. Das heißt, ich sperre einfach mal wieder die Laser, indem ich einfach den elektronischen Kompensator ausschalte, hierfür wieder lange die Autortaste gedrückt halten, bis die LED schnell blinkt. Und jetzt seht ihr, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Laserlinie frei verwenden will, kann ich das natürlich nun hier mit diesem Stativ realisieren und kann hier jeden beliebigen Winkel einstellen und dieses natürlich auch mit allen Laserlinien nutzen. Zu guter Letzt möchte ich auch nochmal, wie vorhin schon versprochen, das Ausnovellieren, zum Beispiel von bodennahen Gegenständen, Objekten zu sprechen kommen. Das geht natürlich im Außenbereich, zum Beispiel beim Setzen von Randsteinen oder Pflasterarbeiten, sowie natürlich auch im Innenbereich beim Fußbodenbau, beim Aufschütten oder eventuell Abschleifen von Böden, ist das eine sehr gute Funktion, die wir hier hervorragend nutzen können. Hier gibt es zwei Möglichkeiten vorzugehen. Möglichkeit 1, wir nehmen hier unsere beiden im Lieferumfang enthaltenen Schablonen. Ich stelle einfach mal einen Gliedermaßstab hier neben den Laserstrahl. Der Laserstrahl hat eine ungefähre Höhe von 17 bis 18 Millimeter. Das ist die Höhe des Fußes. Wir können nun hier unsere Schablonen nehmen. Hier haben wir eine Maßskala aufgebracht und können dann dementsprechend diese Schablonen hier aufstellen und können dann so anhand der Striche das Höhenniveau an den einzelnen Stellen hier abnehmen und können dann hier dementsprechend nacharbeiten. Eine zweite Möglichkeit haben wir natürlich auch mit diesem Einstellfuß. Hier können wir den Laser drauf platzieren und somit den Boden ganz genau auslasern. Wir sehen, der Laser richtet sich aus und wir sehen, wir hätten jetzt hier eine Steigung in dieser Bodenplatte. Wir sehen, hier drauf wird der Laser reflektiert. Hier reflektiert er nicht, also geht die Platte entweder nach oben oder unten. Wir können auch hier mal etwas nachjustieren und hier seht ihr, wie die Steigung quasi hier nach oben ansteigt und somit könnten wir dann dementsprechend jetzt hier abschleifen oder eventuell auch Schüttung herausnehmen, um so ganz präzise nachzuarbeiten. Ihr seht, der Laserstrahl wird über die komplette Fläche projiziert und wir sehen jede Unebenheit. Hier haben wir zum Beispiel eine Erhöhung, hier haben wir wieder eine etwas tiefere Fläche und hier haben wir auch wieder eine etwas höhere Fläche und so können wir ganz genau nacharbeiten und so unseren Fußboden ganz genau ausrichten. Ihr seht, wenn ich hier drauf drücke, geht das dann dementsprechend nach unten und wir sehen das mit unserem Laserstrahl. So, damit bin ich auch wieder am Ende meines kleinen Tool-Videos um eine Produktvorstellung des Lasers von Nibel System, den CL4D, angekommen. Wie gesagt, alle Produkte, die ihr hier im Video gesehen habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an messprofiservice.de, die mir diesen Laser zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt haben. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen? So klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.